Hallo schnell, das ist eine kurze Rede ohne Gameplay, weil ich wollte sagen, dass ich heute Geburtstag habe am 20.09. Und warum jetzt so spät ein Video kommt, das liegt einfach daran, dass ich Depp vergessen habe, so ein Video zu machen. Und ja, also wie gesagt, ich habe Geburtstag. Wäre nett, wenn ihr schreiben würdet, alles gut zum Geburtstag. Müsst ihr natürlich nicht. Und ja, das soll, wie gesagt, ein kleines Video sein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wenn ihr mich als YouTuber mögt, dann lasst doch ein Abo da. Und ich würde sagen, ich sage euch im nächsten Video wieder. Tschüss.